Wo immer es geht zu helfen zusammenzocken Sorry, hab leider keine Zeit Nimmst du auf Joom ibox 75 Mach ich Mach noch ein Video Aber kannst du meinen Namen Mitzeigen bitte Ja, Subnapf Mach ich Bin dein größter Fan Ja, moin moin So Äh Cool Cool, cool, cool Jetzt pack das Internet Hey, moin moin Mike Dude, I don't know You nigger Please, answer Oh je, PS4 Muss ich mal mal so legen So, legen wir los Assassin's Creed 3 Kein Ego Shooter Sondern ein Drittpersonen Shooter Also in der Dritten Perspektive So, was machen die denn da? Hocken hier im Auto Ja, wirklich viel passiert hier nicht Ups Ich glaube, ich hab was ausgelöst So Es gibt mehrere Teile von Assassin's Creed 3 Oh Bier geht Schrohwangel Josh Clooney Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt mehrere Teile Äh Von Assassin's Creed 3 Und, äh, ja, mal gucken Hab natürlich jetzt sehr wenig Zeit zu zocken Das heißt, es könnte wirklich sein, dass alle sieben Tage nur ein Video kommt Aber Ist halt so Zeit bei mir, so Wenig Zeit Aber jetzt hab ich heute mal Zeit gefunden Assassin's Creed 3 So, let's playen Mach ich so ein kleines Let's play für euch Oh Endlich frei bewegen YouTube Gamescom Ja, der Typ hat irgendwas von Ben Stiller Findet ihr auch? Der sieht aus wie Ben Stiller Eindeutig Jetzt gehen wir in diese Höhle rein Aha, hier ist der Dschungel Jetzt erforschen wir das Ganze mal hier, was es hier alles gibt Hm Hm Okay Eine Wand mit Graffiti Oh Und einem Quidditch Ball Irgendwas passiert jetzt hier, das muss man hier rein machen Und jetzt müsste sich, glaube ich, dieses Tor hier öffnen, so wie das aussieht Und hinter dem Tor muss irgendwas Magisches sein Irgendwas Atemberaubendes Irgendwas Krasses Oh, was könnte das sein? Was könnte das sein? Geh mal weiter rein in den Laden Ups Das ging ja schnell Ich habe jetzt gerade keinen Plan, um was es hier eigentlich geht Ich spiele hier so eine Figur Die haben so eine Kiste in der Hand Da plötzlich hat der eine Typ so einen Ball in der Hand Der plötzlich leuchtet Jetzt sind wir hier Irgendwas passiert hier Also gehen wir noch weiter rein Oh mein Gott Ja, wenn du mehr sehen willst von Assassin's Creed 3 Ja, dann musst du ein bisschen warten Muss jetzt leider auch wieder zur Arbeit Äh, wenn ich wieder Zeit habe Fange ich an Genau ab dieser Stelle Wieder zu Let's Playen Haut rein Und was uns wohl erwartet Sei dabei beim nächsten Mal Ciao